Willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Wenn ich so angezogen bin, dann wisst ihr ja immer Maskenwoche. Maskenwoche. Ich fange heute an alleine. Und ihr könnt euch denken, ihr könnt euch echt denken, was ist denn hier passiert mit meinem Licht? Ihr könnt euch denken, dass der Experte diesmal am letzten Tag dabei ist, denn er präsentiert auch die Verlosung. Und ich habe extra, ach, den Spiegel bräuchte ich noch, extra eine Männermaske. Ja, aber die kommen am letzten Tag. Die habe ich nämlich hier drin. So, wir haben wieder fünf Tuchmasken hier liegen. Und ja, wir würden, ich würde sagen, wir würden sagen, nein, ich würde sagen, wir lassen Alexa aussuchen. Alexa, wir brauchen eine Zahl zwischen eins und fünf. Das könnte deine Frage beantworten. Hier ist eine Zahl zwischen eins und fünf. Zwei. Zwei. Okay. Zwei. Ja, fangen wir mit zwei an. So, und heute habe ich ein Haarreif drin, weil das Haarband, das war ja so. So, Nummer zwei. Wild Wild Thing. Die habe ich neu gefunden beim Action. With White Rose Extract. Gucken wir mal, was hinten draufsteht. Oh, fühlt sich schon etwas dickeres Vlies an. Fließgesichtsmaske mit einem Extrakt aus wilder Hose und stabilisiertem Vitamin C. Hilft den natürlichen Glanz der Haut zu erhalten. Ja, schauen wir jetzt erstmal, wie sie riecht, ne? So, wie gesagt, neu beim Action gefunden. Ob sie jetzt neu wirklich ist oder nur. Wir hier in Bayern nie neu haben, ich weiß es nicht. Hier sind sie ja immer so ein bisschen Leben hinter dem Mond. Oh ja, die riecht richtig nach, also das ist, oh ja, die riecht nach Hose. Also das ist nicht so ein Muff-Rose, ne? Rose kann ja immer so schnell nach Muff riefen und alte Oma. Ja, finde ich immer. So alte Oma unterm Arm. Ja, Entschuldigung, ich weiß auch nicht. Ich habe übrigens nochmal ein fünftes Regal hier an die Wand, an der Wand. Wie sieht Schief? Ja, Schief ist modern. Ne, eins, zwei, drei, vier. Doch, fünftes Regal. Uh, ich habe gesagt, erst mal ist das letzte. Er hat gelacht. Ja, riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gefällt mir. Was haben wir hier noch an Serum? Ja, da haben wir auch noch was, was wir aus der Tüte hier rausholen können. So, ich mache jetzt diese Maske kurz, ja nicht kurz, so zwei Stunden, drei Stunden vor der Arbeit. Mal gerade duschen. Und ja, dann schauen wir uns mal das Vlies an. Das sieht gut aus. Das ist nicht allzu dick. So. Ne? Das sieht doch ganz gut aus. Also ist es nicht bedruckt oder so? Ne, komm. Und jetzt, wo es wärmer wird, ist das natürlich schön. Ne? Da macht euch eure Masken in den Kühlschrank oder wenn ihr wisst, ich mache gleich eine Maske, dann packt sie fünf Minuten ins Gefrier. Hast du den gewissen Kick. So. Ja. Sitzt. Passt, wackelt, hat Luft, würde ich sagen. Hm? Ja. Legt sich gut aufs Gesicht. Also da ist jetzt, ja, passt sich sofort an. Also Spitze. Finde ich schon mal den ersten Eindruck, finde ich schon mal geil. Ohohoho. Erster Eindruck ist geil, ne? Riecht gut. Sitzt gut. 20 bis 30 Minuten darf man die sogar drauflassen. Dann machen wir das doch auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Boah. Ich schwöre. Ich schwöre, ich wollte diese Maske nicht abnehmen. Hey. Also die Woche startet schon wieder super. Boah. Ich hab die jetzt über 30 Minuten drauf gehabt. Mega Maske. Mega Maske. Also du hast ja entweder bei Action eine super geile Maske oder eine, die nicht so doll ist. Also die ist klasse mit dem Wildrosenextrakt, ne? Wow. Kann ich einfach nur sagen. Wow, wow, wow. Seht ihr sie? Nimmt sie mit. Auf jeden Fall. Geiles Maske, 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 Maske. So. Jetzt kommt ihr unten hin. Und dann wollen wir mal schauen, ja, welche an Tag 2 drankommt. Alexa, wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 4. Das könnte deine Frage beantworten. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. 1. 1. Uh. Uh, uh, uh. Wir werden zum Igel. Wir werden zum Igel mit der Hedgehog Style Maske auf von Action. Ja. Ähm. Schauen wir mal, wie die so abschneide ich. Ich leg sie mir oben hin. Und die ist schon mal, also, da ist die Woche schon mal gerettet, würde ich sagen. So. Bleibt dran. Wir sehen uns dann gleich zum Igel wieder. Bis gleich. Hallo. Tag 2 meiner Maskenwoche. Äh, ja, hatte ich ja gestern schon gezeigt, ne? Ich werde zum Igel. Hey, hey, schauen wir mal, wie die aussieht, ne? Hedgehog Style Face Sheet Mask. Ähm, wollen wir mal gucken, was da draufsteht, ne? Die ist natürlich von Action, da kriegt man meistens diese Masken, ne? Ähm, Gesichtsmaske aus Vlies. Angereichert mit Zutaten mit anti-oxidativen Eigenschaften. Angereichert mit Goji-Beeren-Extrakt. Äh, äh, Extrakt. Ja, das restliche Serum in die Haut einmazzieren. Mehr steht auch nicht. Mehr steht auch nicht. Ja, dann wollen wir es mal hier, äh, etwas durchmixen. Der Experte freut sich übrigens schon, das Finale machen zu dürfen, äh, mit der Verlosung. Nicht, dass da wieder hier mal eine Schubladen ausräumen, ne? Ja, ich weiß nicht, wie riecht Goji-Beere. Wahrscheinlich etwas süß. Also es riecht etwas süßlich. Riecht angenehm. Schauen wir mal, ob da noch Serum rauskommt. Äh, nein. Aber sie fühlt sich gut getränkt an. Sie ist wohlgenährt, sagen wir mal so. Und sie wird jetzt braun sein auf dem Gesicht. Äh, mein Gott. Ja, wie süß bist denn du? Ja, Igel sind schon was Süßes, ne? Wenn sie nicht so stachelig wären. Ach, guck mal. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob es nicht eher aussieht wie ein Grizzly-Bär. Ja. Ich liebte so bedruckten Masken. Das ist immer wieder eine Freude. Beim Experten waren sie allerdings ein bisschen zu klein. Mh. So. Die ist ja immer Gott sei Dank hier eingeschnitten, ne? Dann kann man sich das immer so schön falten. Wenn man das hinkriegt. Äh, hallo. Ach, da oben. Hä? Wo ist das hin? Ah. So. Also die ist echt gut, gut getränkt. Gut getränkt, äh, ist halb gewonnen, ne? So. Ja. Gut. Also wenn ihr jetzt nicht wüsstest, dass es ein Igel ist, wird es jetzt auch wieder keiner sagen, dass es einer ist. Eher sehe ich aus wie, hm, wie, wie jemand mit Vollbart. Find ich. Sieht aus eher, kennt ihr dann noch den Mann aus den Bergen? Der hat eher so die Ähnlichkeit, ne? Ja. Also die lassen sie jetzt erstmal drauf. Steht ja wieder, äh, steht wie lange, weiß ich nicht. Ähm. Nö. Doch da. 10 bis 15 Minuten. Ja, ich lasse eh eben etwas, etwas, etwas länger drauf, ne? Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Ja. Bisschen Chili-Milli auf der Couch mit ein bisschen Instagram, ne? Ja, das schlägt die Zeit dann tot, aber das brauchte ich gar nicht, weil die ist Bombe. Die ist Bombe. Also. Kauft euch den Igel, falls ihr den seht beim Action. Die ist klasse. Die ist klasse, die Maske. Die bleibt, wo sie ist, ne? Ihr seht's. Also das ist alles noch. Hier ist ein bisschen gelöst, ja. Aber da klebt man sie da fest. Also die ist noch gut durchfeuchtet. Ähm. Boah, die ist richtig geil entspannt. Also das ist, habe ich jetzt wirklich immer, wenn ich eine Maske mache, hier habe ich was gestochen. Äh, wenn ich Masken mache, wie, wie mich das entspannt, wie mich das einfach runterbringt, ne? Das ist einfach wirklich, ja, Beauty für die Seele auch, ne? So diese kurze Auszeit. Also richtig, richtig geile Maske. Da kannst du nicht meckern. Die ist toll. So. Und dann, äh, müssen wir halt mal wieder hier, ne? Die nächste Maske aussuchen lassen. Alexa, wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 3. 2. Das könnte deine Frage beantworten. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. 2. Oh, ja, da bin ich mal gespannt. 2. So. Das ist, ich habe keine Ahnung, wo ich sie her habe. Ich kriege ja auch immer viele Masken geschenkt und geschickt und so. Und das ist, glaube ich, eine französische Maske? Ich weiß es nicht. Patchologie. Ja. Eine Hydrating Mask. Ähm. Es steht auf französisch hier drauf, glaube ich. Es steht auch irgendwie englisch hier drauf. Ähm. Ja. Oder hatten wir die in der Box drin? Das kann sein. Boah. Leute, wenn ihr diese Maske jetzt seht, hatten wir die in der My Little Box? Kann das sein? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Äh, aus welcher Box oder woher die stammt? Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste es mir aufschreiben, dann merken kann ich mir das wirklich alles nicht. Ja, und dann, äh, 5 Minuten Sheetmaske. Ja, steht auch nicht irgendwie großartig drauf. Hier, 5 Minuten. Ähm. Okay. Naja. Die werden wir dann morgen ausprobieren, nicht? Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Hello, hello, hello. Tag dry. Tag dry, meine Maskenwoche. Äh. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich die Maske habe. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten die wirklich in der Box drin. Ähm. Da freue ich mich ja immer. Petrologie. Flash Mask. Also, 5 Minuten Sheetmaske. Äh. Hydrate. Äh. Ja. Ja. Äh. Sonst ist ja alles wirklich Englisch und Französisch. Das ist ja hier. Ja. Ich bin ja hier. Äh. Ne? Hauptschule. Äh. Feeling parsed in only takes 5 Minutes. 5. Besonders 5 Minutes, ne? Ja. Nein. Wir sind ja nicht bei 5 Minutes. 5 Minutes. To treat your skin. Too much to do. Ja, komm. Ey. Komm. Komm, komm, komm. Bevor ich mir hier jetzt noch einen Wolf lese. Und das... Jetzt bin ich schief. Warum sagt der denn nichts? Ähm. Wolf lese und das eben nicht passt. Und tralala. So. Also. Dann schauen wir mal. Wie sie düftet. Die düftet gut. Die düftet sehr gut. Ja. Gefällt mir. Gefällt mir. Ist auch. Wow. Leute. Wir haben hier noch Serum ohne Ende drin. Ich schütte das jetzt nicht da rein. Ähm. Da drauf. Weil diese Maske sowas von getränkt ist. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Hallo. Wow. Also wer diese Maske auch hat, der meldet sich bitte zu Wort und sagt, wo sie her ist. Dankeschön. Wow. Das Vlies ist super, super dünn. Das mag ich. Das fühlt sich gut an. Das riecht gut. Und. Zack. Hier unten ist es jetzt ein bisschen groß, ne? Aber da tut dem, glaube ich, auch keinen Abbruch. So. Wow. Wow. Boah. Also. Ähm. Wenn ihr die auch habt. Und ihr wollt die zweimal gebrochen. Könnt ihr das sowieso tun. Weil hier ist noch genügend Serum drin. Kann man sie wieder rein tun. Muss man halt noch ein bisschen vorsichtig sein. Weil die halt ein bisschen dünn ist. Ne? Aber sonst. So. Ich zuppel mir das jetzt hier zurecht. Und. Ja. Geile Maske. Kannst du nicht sagen. Kannst du nicht anders sagen. Also bis jetzt. Toppy Galoppy. Wir haben eine geile Woche. Ich glaube ich. Bis gleich. Anna Maria. Was ist hier da los? Du kriegst die Tür nicht zu. Das ist ja die absolut geile, geile Maske. Hu. Hu. Kann ich dazu nur sagen. Also Leute. Ähm. Wenn ihr die habt. Ne? Dann seid froh. Das ist der Knaller. Also die würde ich. Also die tue ich da rein und benutze sie nochmal. Das ist ja der Hammer. Der Hammer. Ich habe es natürlich länger jetzt. Die fünf Minuten drauf gelassen. Ganz klar. Äh. Aber ich das immer mache. Ja. Ich weiß gar nicht. Ist das auch immer eine Maske, die man abwaschen muss? Also man merkt das eigentlich mit diesen Matte Beauty Masken. Die muss man nämlich immer abwaschen. Ähm. Die kleben nämlich. Aber. Ja. Schauen wir mal. Also ich finde die mega. Mega toller Sitz. Hu. Wow. 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 Hier kommt diese Dolten Maske doch sehr sehr nah. Oder ist genauso gut. Ja. Ihr wisst ja. Wenn ihr sie habt, schreibt sie auf woher und wie teuer die eigentlich ist. Ich habe nämlich nichts gefunden dazu. Vielleicht findet ihr was. Hm. So. Also der Knaller, ne? Wir nähern uns hier so grande finale mit so Experten. Ja. Ja. Er freut sich schon. So. Alexa. Wir brauchen eine Zahl zwischen eins und zwei. Das könnte deine Frage beantworten. Hier ist eine Zahl zwischen eins und zwei. 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 Gut. Dann habe ich ein Finale mit einem Experten. Das weiß ich schon. Okay. Ja. Schauen wir mal. Die Salt House Totes Meer Therapie Tuchmaske Anti Haut Stress. Ja. Vielleicht hilft es auch gegen anderen Stress. Äh. Schauen wir mal. Für sehr trockene und problematische Haut. Kosmetikum. Ja. Wie diese so abschneidet. Also. Bleibt dran. Wir erfahren es gleich. Bis gleich. Hallo ihr Schönheiten. Da bin ich wieder. Ohohohoho. Ja. Mit der nächsten Maske. Mit der nächsten Maske. Die Salt House. Ohohoho. Totes Meer Therapie. Entspannt und beruhig. Naja. Das kann bei mir ja immer helfen. Ähm. Ja. Reduzierte Hautreizungen. Rötungen und Spannungsgefühle mit Toten Meersalz, Mineralien und Symkalmin. Sanft zur Haut. Für sehr trockene und problematische Hautkosmetikum. Ha. Hoh mal Luft. Wirkaktives Totes Meersalz, Mineralienpflege für gesunden Hautschutz. 400 Meter. Achso ja. Bla bla bla. Wegen Toten Meer. Bli bla bla. Steht ja hinten drauf. Oder soll ich es vorlesen? Ach komm. Ist egal. 400 Meter unter dem Meeresspiegel am tiefsten Punkt der Erde liegt eines der größten Binnengewässer das Tote Meer. Man kann ja hier noch was lernen. Ne? Auch ohne Experten. Seine einzigartige Zusammensetzung an Mineralien und Spurenelementen macht das Tote Meersalz zu einem wertvollen, natürlichen Wirkstoffkomplex, der seit Generationen für seine herausragenden therapeutischen und pflegenden Funktionen geschätzt wird. Das Tote Meer, die Urquelle für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden aus der Natur. Ich liebe ja Salz. Dann würde ich es wahrscheinlich austrinken. Tuchmaske Anti-Hautstress. Die ausgleichende Wirkformel dieser innovativen Tuchmaske kombiniert Totes Meersalz und extra Magnesium Chlorid aus dem Toten Meer. Mit dem Wirkstoff Symcalmin, der den hautberuhigenden Extrakten des Hafers nachempfunden ist. Das ist interessant. Angereichert mit rückfettenden Mandelöl, hilft sie trockenheitsbedingten Juckreiz, Rötungen und Spannungsgefühle zu reduzieren und gestresste Haut zu beruhigen. Regelmäßige Anwendungen unterstützen die Wasserbindefähigkeit der Haut, verbessern ihren Feuchtigkeitsgehalt und Stärken, somit die natürlich auch in Schutzbarriere. Gucken wir mal. 10 bis 15 Minuten. Wir gucken jetzt erst mal, wie sie riecht. Das ist ja so. Bei Toten Meer ist das immer so ein bisschen... Ja, das ist so. Totes Meer. Ich hatte es schon mal, glaube ich, irgendwie. Totes Meer, Salt House, Maske. Hier riecht so ein bisschen wie Muff. Ja, ist so. Ist so. Also, kommt nicht mehr, kommt gar nichts raus. Wir haben hier ein etwas dickeres Vlies und so, ja, das ist so eine Mischung zwischen Creme, würde ich sagen, und Serum. Etwas dickflüssiger. Schauen wir mal. Also, der Geruch wirklich ist jetzt nicht der beste, aber, ja, das hatten wir ja schon. Also, das stört mich schon wieder, weil die nicht breit genug ist. Leute, lernt doch mal dazu, wenn ihr Maske macht, für die ganz, fürs ganze Gesicht, nicht irgendwie, äh, fürs halbe Gesicht, ne? Das stört mich. Das stört mich. Ne? Ihr seht das hier. Das finde ich nicht gut. Also, das ist schon mal Minuspunkt. Schmecken tut sie auch nicht wirklich. Ist aber, äh, Pluspunkt ist, sie ist ganz gut getränkt. Auch wenn jetzt nichts mehr da in der Tüte ist, aber sie ist ganz gut getränkt. Äh, da kannst du schon mal was mit anfangen und hier ein bisschen runterschmieren. Äh, ja. So, wir lassen die jetzt einfach mal drauf und dann schauen wir mal, wie sie sich so verhält. Weil ich werde jetzt, ähm, mich nicht aufs Sofa setzen, sondern eher spülen und Konsorten. Und, äh, ja, dann sehen wir uns wieder und dann kommt der Experte beim nächsten Mal. Bis gleich. So, jeder, der mich kennt, weiß, ich hab die Maske eh ein bisschen länger drauf gelassen. Ist jetzt nicht die beste, ne? Man sieht's. Äh, nö. Also, mich nervt das hier mit der Passform und mich nervt das hier schon wieder. Ähm, so, sag ich ja, ist sie gut getränkt. Das ist okay, aber, ähm, kann, muss nicht. Also, ich würde sie jetzt nicht empfehlen, sie zu kaufen. Ganz einfach. So ist es. Ja, weil mir halt die Passform nicht gefällt. Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig, aber ist halt totes Mehr, ne? Und, ähm, ja, sie wird halt hier zu schnell trocken. Die Pflege ist gut. Die Pflege ist gut. Ja, und jetzt kommen wir doch mal zur letzten. Hahaha, ich zeig's euch. Und ich zeig's euch mal beide, ne? Das ist nämlich einmal die Balea Flower Dream Tuchmaske mit Rosenblütenextrakt. Die war neu. Und der Experte testet jetzt dann eine Maske extra für die Herren. Nämlich von Sainz. Das ist die Eigenmarke hier von DM. Das ist eine neue Tuchmaske mit Hyaluron-Schwarztee-Extrakt. Schauen wir mal, ne? Bleibt dran, wir sehen uns gleich wieder zu Grande Finale mit Verlosung vom Experten. Bis gleich. So, Finale. Oh, der freut sich, der freut sich. Ich hab euch ja gestern schon die, ähm, gezeigt. Also vorhin. Ich hab ja hier die, ne, komm, wir fangen mit seiner an. Sainz. Sainz Tuchmaske neu. Moistischer Effekt. Hyaluron-Schwarztee-Extrakt. Spendet intensive Feuchtigkeit und vitalisiert mit Sofort-Effekt. Also intensive Pflegeformel mit Hyaluron, Aloe Vera und Schwarztee-Extrakt. Vitalisiert die Haut, versorgt die Haut sofort mit Feuchtigkeit für ein erfrisches und entspanntes Hautgefühl. Ja, 10 Minuten auch nur. Wir kneten die mal durch. Ist nichts zu sagen, oder was? Traum ich nicht. So, erstmal riechen wir. Oh, die riecht auch in dem. Ja, riecht ein bisschen nach Arzt. Ne, oder noch? Zahnarzt. So, also. Kommt nichts raus. Ist übrigens ja die Eigenmarke von DM. Sainz. Kommst du jetzt mal hier hin, oder was? Warum sprichst du nicht? Ich will nicht. Die Ziegen sind alle tot. Frohn, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich will das nicht. Gut, dann machst du bei der nächsten Maskenwoche halt nicht mehr mit. Ich mach nicht mehr mit, Gott sei Dank. Dann war es das jetzt erstmal die letzte Maskenwoche, dann mach ich erstmal wieder alleine. Finden wahrscheinlich die Zuschauer alle schade, weil die dich gerne sehen. Mhm. Aber gut. Wer nicht will, der hat schon. Ich muss die Zuschauer ja entscheiden, nicht du. Auf jeden Fall ist sie bereit. Ich bin auch bereit. Jetzt komm her, Mensch. Sollen wir die es umbelassen? Du willst doch gleich die Zuschauerinnen erfreuen. Ich hab ja meistens Zuschauerinnen. Und dann kannst du schön... Mein Gott, jetzt komm her, Mensch. Sonst geht das doch nicht richtig. Ich kann nicht. Hör auf zu spinnen. Nein. Das ist nicht gut. Das ist aber auch nicht schön. Hör auf. Mach das Gesicht locker. Mach es locker. Das ist extra eine Männermaske. Das läuft nicht besser. Jetzt hör auf, das Doppelkinn so zu machen. Mach richtig das Gesicht. So raus. Wie macht man denn das Gesicht? Ich guck mich an. Wie macht man das Gesicht denn raus? Du hast da Rotze. Die bepinkeln sich jetzt wieder. So. Er hat seine Maske schon mal auf. Sieht aus wie... Hier der Jason. Jason, das ist unser Mann. Ich nehme jetzt die Balea. Flower Dream Tuchmaske. Ich habe noch was zu tun. Die Tuchmaske mit Hyaluron und Rosenblütenextrakt versorgt die Haut sofort. Intensiv mit Feuchtigkeit das angenehme Tuch schmiegt sich sanft an die Haut an und sorgt für eine ideale Wirkstoffaufnahme. Die verwöhnende Rezeptum mit dem blumigen Dufel nach Rose schenkt einen frischen und strahlenden Tarn. Ich hoffe, die riecht nicht so nach Rosenmuff. Nee. Angenehm, aber nicht nach Rose. Aber schauen wir mal. Kommt da was raus? Nein? Aber riecht angenehm. Riecht so ein bisschen süßlich. Mein Gott, das hält gar nicht auf dein Gesicht. Ich habe keinen Bock auf diesen Stress hier. Mache ich lieber alleine. Das ist ja wohl der absolute Worst Case hier. Der spinnt doch. So. Das tut der Haut sowas von gut. Du hast gar keine Ahnung. Der ist nicht unangenehm, wenn das gut tun würde. Es ist nicht unangenehm. Doch. Und hier haben wir ja so. Deswegen ist deine Haut auch so grobporig. Du hörst doch nicht mehr alle stramm. So. Die lassen wir jetzt erstmal so 20 bis 30 Minuten drauf. 10 Minuten steht hier. 10 Minuten. Und dann kannst du gleich die Verlosung starten. So. Wir sehen uns gleich wieder. Also achso. Ja gut. Ich finde das Vlies jetzt ein bisschen dick. Also zu dick finde ich das. Achso. Was ist da schlimm dran? Ob das dick oder dünn ist? Nee. Dünn ist besser. Warum? Ich finde es hier jetzt ein bisschen lang. Weil es geht schon in meine Haare. Ist jetzt wohl nicht die beste Balea Limited Edition Maske, die es gibt. Ein dickes Vlies kann mehr von diesem Schwammelzeug aussehen. Nee. Kann es eben nicht. Guck mal, wie es hier aussieht bei dir. Ja. Räum mal auf. Mein Gott noch mal. Das war das letzte Mal. So. Ich sag hier nichts mehr. Das war jetzt das letzte Mal. Übrigens. Diese Maske ist jetzt nicht so toll. Also so bis hier hin, ja. Aber der Rest, no. Das ist wieder eine Limited Edition. Die braucht auch wieder nicht so doll im Mensch. Also da haben wir schon bessere gehabt von Balea. Wo ist sie denn jetzt? Das war die hier, ne? Flower Dream mit Rosenblütenextrakt. Kannst du machen, musst du aber nicht. Kannst du machen, musst du aber nicht. Ja, also ich finde aber, die hat ihn schon erfrischt. Aber die trocknet unheimlich schnell ein, diese Seins-Maske. Ja, was haben wir für ein Fazit diese Woche? Also, kann, alles kann, nichts muss. Die muss nicht. Also wenn ihr die seht, die müsst ihr nicht unbedingt holen. Ja, dann haben wir die Sourthouse-Totes-Mehr-Therapie-Maske. Passform schlecht, Pflege gut, wird zu schnell trocken. Genau das mit der Seins-Maske. Wird zu schnell trocken und für große Männer, für große Männergesicht nicht passend. Dann haben wir die Eagle-Maske gehabt. Sehr gut, genug Serum, Wellness-Feeling. Ich fand so gut, Action, ne? Action kann Masken. Die war auch von Action. Super entspannt, reichig Serum, der Hit. Ja, da haben wir doch mal einen Gewinner, oder? Nee, das ist der absolute Mega-Hit. Ja, dann haben wir zwei, die durchgefallen sind. Und dann würde ich sagen, das ist die Balea-Maske und die Seins-Maske. Und hier, Sourthouse muss jetzt auch nicht wirklich sein. Ja, sagen wir mal, wir hatten eine durchwachsene Woche. Mit Hui und richtig Pfui. Und so ein Mittelding hatten wir auch. Das war er. Du bist ein Mittelding. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. die Schön-für-mich-Box. Boah, die ist pralle gefüllt. Und der Experte sagt euch jetzt, was ihr gewinnen könnt. Moment. Ich sag das. Ja, das kommt zum Schluss. Weil es ist ja eine Maske, morgen gibt es ja Maske, um zu gewinnen. So, der Experte sagt euch jetzt, was ihr gewinnen könnt bei dieser Verlosung. Stell es bitte da hin und zeig es in die Kamera. Nein, ich muss das hier haben. Du solltest das mitnehmen vorhin. Du stellst das jetzt hier hin und stellst es in die Kamera. Und mehr möchte ich nicht. In die Kamera. Das ist alles. Mach es nicht kaputt. Das ist alles. Das ist alles, was da drin ist. Ja. Ich dachte, ich sollte mir jetzt so zwei Teile aussuchen. Hä? Nein. Alles. Ja. Ihr könnt gewinnen. Mein Gott, da hat es. Feuchttücher. 20 von Babylach. Händereinigungstücher. Ey, die sind gut. Die hast du auch immer. Ja, die mag ich. Die sind gut. Ja, das musst du immer unterwegs dabei haben. So. Dann haben wir, was ist das? Schäumendes Duschgel. Duschschaum. Von La Cura. Das ist immer gut. Das riecht nach? Duschschaum. Welche Marke? Das riecht nach La Cura. Ich weiß nicht, wie La Cura riecht. Nein, was? Mensch. Harmonie. Magnolie und Mandel. Du musstest den Leuten sagen, manche mögen den Geruch nicht, wie machen sie nicht mit? Weil da ein Ding ist. Genau. Was ist das hier? Strand? Was ist das? Andersrum. Das gibt es auch noch. Nein, andersrum. Ey, bist du bescheuert oder was? Wie oft soll ich... So, es gibt einmal in Visi Bobbels diese Spangen in der Farbe braun. Drei Stück. Du wolltest bei der Verlosung mitmachen. Glitch. Glitch out. Ich habe keine Ahnung. Es gibt Glitch out. Das ist... Es gibt Glitch out. Mein Gott, David, bitte. Hör auf. Ich mache das jetzt. Es gibt Glitch out und gut. Es gibt was von Shiglam. Und ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Shiglam. Und von Shiglam gibt es jetzt ein Lippenscrub in grün. So sieht er von innen aus. Ja, ein Lippenscrub von Shiglam zu gewinnen. Da kann ich sehen, wie der von innen aussieht. Ja. Ich vermute mal, dass es ein Nagelack ist. So wie du von innen aussiehst. Was ist denn das? Schüttel doch mal. Ja, dann wird es auch nicht besser. Da ist eine Kugel drin. Ja und? Das ist ein Nagelack mit... In der Farbe. Wie heißt die Farbe? 3, 5, 2. Essie. Wrap me up. Wrap me up von Essie. So ein helles, helles Weiz. Oh, je. Die machen wir mal zum Schluss. Tu doch mal die Wichsgrüffel da weg. Mensch. So. Lass mich doch machen jetzt. Ja, dann machen wir uns nicht, Mensch. Hier, das kenn ich. Das mag ich. Das haben wir auch schon mal. Nein, das kennst du nicht. Doch, das ist eine Haarmaske. Banane. Banane. Aber von einer anderen Marke. Banane. Banane für die Haare ist immer gut. Banane Hair Food. Haar essen. Haare wollen auch essen. Eine Haarmaske mit Bananen. Die ist aber ein bisschen reichhaltiger wie die andere. Die ist auch vom Action. Wie die andere vom Action. Also, ne? Genau. Mini-Libro. Ach, ne, noch nicht. Das ist ein Lippenstift. Von wen? Der geht so weit raus. Von wen ist der Lippenstift? Der ist von dir. Der ist aus deiner Box. Der ist von dir. Und du verschenkst den ja. Von welcher Marke? Schmidt. Hä? Ne, Perfect Shine. Essence. Von Essence. Der heißt? Perfect Shine. Perfect Shine Lipstick 02. 02. Für wen? Ein Pinsel ist mit der Wahn. Das ist ein Augenbrauenpinsel von der Marke. Braun und Co. Leni Brush. Braun bedarf Müller. Was ist das? Eine Schnecke. Hier, Schneckenschleim für euch. Ah, Schneckenschleim könnt ihr euch auch aufs Gesicht machen. Dann gehen die groben Poren wieder weg. Das ist wirklich Schneckengel. Für, es fördert die Erneuerungsfähigkeit der Haut unter anderem bei Kiegelchen, Orangenhaut, Hautalterung und Narben. Orangenhaut, grob Poren. Ich bin gut. Ich kenne mich aus. Ich bin der Experte. Nämlich auch in Schönheitsfragen. Und das da ist nämlich ein Augenbrauen-Gelstift. Ja, in der Farbe. Braun? Zeig es bitte in die Kamera. Ja, vielleicht kackbraun. Mein Gott, ey, du bist assi, weißt du das? Nein, das ist die Farbe Light Brown. Es steht auch da drauf. Ein Puck. Für den nächsten Winter zum Hockeyspielen. Gibt es einen Hockeyspuck. Das ist übrigens ein 3 und 1-Gelstisch. Oder ist es vielleicht... David, du machst das bitte vernünftig oder lässt es sein? Ich mache das vernünftig. Ich kann doch nichts dafür, wenn du das falsch machst. Das ist ein Puck. Welche Marke? Was steht da drauf? Tees. So, Tees. Das ist nämlich eigentlich ein Blush. Soll es sein. Rouge. So sieht er aus. Könnte aber auch als Highlighter nehmen. Ist einmal drüber gegangen. Also, ne? Nur, dass ihr es wisst. Duschgel. Von? Es steht drauf. Ich glaube, das kann jeder sehen. Von Farb. Cream and Oil. Wohin? Guck. Kakao. So, das ist einer mit dabei. Was? Ich muss das aufmachen. Was ist das denn? Von Avon. Das ist der Rest von der Schnecke. Das ist ein Facial Roller. Das ist die Schnecke. Das ist ein Metallgesichtsroller, David. Und das wollen die Leute nicht im Gesicht haben, was du dir überall hinsteckst, Mensch. Ich möchte nicht wissen, wo das bei dir schon war. Das sind die Augen der Schnecke. Ein Gesichtsroller von Avon. Erst hat man der Schnecke die Augen ausgerissen. Lass es doch sein. Und dann hat man sie ausgequetscht, um das Gel gegen die Orangenhaut da rauszukriegen. Ihr seid voll fies, wa? Weiter. Warum macht ihr sowas? So, jetzt haben wir hier zwei Sachen noch von Dalton drin. Das benutze ich einfach nicht. Das ist ein AHA Peeling zweimal. Dalton ist natürlich eine geile Marke, ne? Ja, das sind die Dalton's. Ja, das sind die Wharton's. Reinigungsschaum. Jetzt ist bitte zu. Hier soll ich alles aufmachen. Jetzt soll ich alles zumachen. Woher soll ich wissen, was man aufmachen darf und was nicht? Ein Reinigungsschaum von Balea mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Und dann habe ich hier ein Buch, ein Pixie-Buch oder sowas. Ein Lidschattenpalette. Weiß ich nicht. Ich darf es besser nicht. Mach es auf. Was steht jetzt? Seht ihr? Mach es nicht auf. Fass es nicht an. Die Leute wollen das nicht. Und dann habe ich hier, lass es lieber mal zu. Mach es auf. Von welcher Firma? König Disney. König Disney. Essence, The Lion King. Das ist die Simba, Nala und Zazu Palette. So sieht sie aus. Der eine oder andere hat sie ja noch nicht. Oh, das kann man mal schlecht sehen. So. So. Die ist mit dabei. Und dann natürlich ist eine Maskenwoche. Gibt es natürlich auch Masken. Einmal. Augenhydropads. Von Balea. Zwei. Hydropads. Sag, was es ist. Augen des Himmels. Von welcher Firma? Was weiß denn ich, Herrgott? Juti. Was? Juti. Nächste. Eine Crememaske mit zwei Sachets. Von Sheba. Schebens. Katzen würden Scheba kaufen. Schebens. Ach so. Die machen auch Katzenfutter. Nun, als die die Kamera, du Depp. Ach so. Das, was die Katzen nicht fressen, kriegt ihr aufs Gesicht. Hyaluronmaske. Dann haben wir noch die nächste von Schebens. Eine Luxusmaske. Auch zwei Sachets. Noch mal Sheba. The Beauty Mask. Klingt ein bisschen wie so ein Superhel. The Beauty Mask. Das ist die Schön für mich Tuchmaske mit Wasserlilie. Balea. Soll ich auch aufmachen? Nein. Sagen, was es ist. Es ist eine Tuchmaske. Eine Gesichtsmaske. Hydrogel-Gesichtsmaske Golden Vanilla. Die ist übrigens sehr gut. Habe ich schon getestet. Und hier noch eine von Action. Eine Sheet-Mask mit Trüffel. So ein Sheet. Ja. Und dann? Ja. Das könnt ihr diesmal gewinnen. Und wir brauchen einen Hashtag. Doppelkreuzmarkierung. Expertenleiden. David, nehmen wir was Nünftiges jetzt hier. Schnecke oder was weiß ich, oder? Ja. Schneckenschleim. Nein. Doppelkreuzmarkierung. Schneckenschleim. Schnecke. Schneckenschleim. Schnecke. Ich darf mir eine Doppelkreuzmarkierung aussuchen und ich nehme Schneckenschleim. Einfach unten in die Kommentare rein. Doppelkreuzmarkierung. Schneckenschleim. Und dann seid ihr in der Verlosung mit dabei. Oder so. Und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr eine Tuchmaske. Oder, nee, eine Dose Schneckenschleim. Ja. Und das waren die Maskenwochen. Und ich weiß es jetzt nicht. Es liegt an euch. Soll er noch mal dabei sein. Eher nicht. Also ich bin auch für eher nicht. Weil das kannst du ja nicht ertragen. So. Also. Hashtag Schneckenschleim. Und ihr seid dabei bei der Verlosung. Bis demnächst. Auf Wiedergesehen. Bis demnächst. Bis demnächst. Untertitelung des ZDF, 2020